Go Ninja! Go Ninja! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwa ihr lieben Lenders und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von uns. Wir spielen Dynaboss, wir heißt MG und ich. Guten Tag! Dynaboss, mal wieder ein lokaler Koop-Freunde. Wir sitzen also mal wieder nebeneinander, Kappa, nicht? Ja, nebeneinander irgendwo in Deutschland. Wieder 600 Kilometer entfernt, weil wir Bock drauf haben. Ach komm, ich bin der Schwarze. Drücke A zum Start. Ein bisschen hier für die Quote arbeiten. Okay, aufheben, fallen lassen, Aktion. Bewegen, kriegen wir hin, ne? Okay. Ah, hier kommt unten rein. Wir müssen Bestellung aufnehmen. Ja, dann mach mal einen Burger. Ah, ich werf mal. Ich werf auch mal einfach einen auf den Kladde. Nimm mal noch so ein Burgerbrötchen hier weg. Ja, nimm mal. Geht irgendwie nicht. Jetzt kann man das erst. Nimm mal den anderen Burger. Ah, der ist fertig. Ah, nicht, dass der gleich anbrennt. Ah! Was machst du denn? Du stehst im Weg. Ja, ja. Ich würde im Weg stehen. So, hier kommen glaube ich gleich neue. Oh, der ist fertig. Okay. Okay, das ist ja schon mal super. Aber zu zweit ist fast ein bisschen krass. Gut. Nimm mal die Bestellung. Ja, bin dabei, bin dabei. Oh, die will Burger. Die will auch einen Burger. Oh mein Gott. Ach, hast schon einen Teller. Ja, ja. Wir haben den Burger schon fertig. Die kann relativ schnell essen. Hast du jetzt noch einen Burger fertig? Oh, falls du gleich ein Kunde kommst. Wo kommt der Teller her? Okay. Einfach abwaschen. Er will auch einen Burger. Krieg da. Krieg da. Das ist super. Mach auch mal noch einen. Noch einen? Ja. Du musst aber nur drei Kunden zu Frieden stellen. Ah, das war auch nur das Tutorial. Vielleicht wird es schwerer. Ja. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Willkommen bei deiner Burs. Hey. Beeinträge Kunden und hol dir große Trinkgäler. Kaufe neue Zutaten und Ausrüstung. Erweitere dein Restaurant. Man kann das Restaurant erweitern? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Ich werf schon mal eins drauf. Geh mal Kundenanfrage. Ja. Bin ich bei. Ich versuch's. Wo lauf ich hin? Ein Burger? Ja. Ist gleich fertig. Da kommt noch jemand rein. Ja. Mach mal Kundenanfrage. Noch ein Burger. Ja. Ist gleich fertig. Hol schon mal den ein. Ah. Ja. Ich bring den alle. Alter, ich hab hier grad Legs. Ah. Ich bin in Hunger. Ich mach schon mal nen Burger noch fertig. Ja. Ja. Money kriegen wir auch gleich. Money in the Bank. 32 Dollar schon. Junge, Junge. Es sind aber teure Burger, muss man ja jetzt echt mal sagen. 16 Dollar. Hol mal. Mhm. Noch nen Burger. Ist schon fertig. Aber hier kommt noch einer gleich wahrscheinlich. Und noch einen. Den müssen wir noch fertig machen schnell. Äh. Ja. Ich glaub schon mal der Fleisch hier drauf. Hol schon mal den Dings ab. Ah. Trink. Ich mach schon. Ja. Ja. Mach. Dun dun. Und noch nen Burger. Ja. Wir sind dabei. Ne. Bisschen fummelig hier. Machst du gleich zwei Burger oder? Ja. Kostet nix. Na komm her. Oh, come on. Was ist denn jetzt los? Ja. Na. Leid abgelaufen. Lauf noch hin. Ah, schade. Vier Kunden bedient. Ja. 64 Bewertung volle Sterne. Also alles gut erstmal. Ja, dann ist ja gut. Okay. Hier ist der Shop. Verbessere dein Restaurant. Gegenstand Tomaten. Ach. Wir haben den ersten Tag geschafft. Nice. Frische Tomaten sind gekauft. Mission. Restaurant Kritiker. Bediene 30 Kunden. Schließe einen Tag mit 5 Sternen ab. Dort haben wir schon. Schließe 4 Tage mit 4 Sternen ab. Beeindrücke den Restaurant Kritiker. Oh oh. Ja gut. Weiter. Kriegen wir hin. Jetzt haben wir Tomaten. Tomaten müssen wir noch schneiden. Okay. Okay, okay, okay. Da kriegen wir aber auch hin. Aber das ist jetzt sehr interessant im Spiel. Ich schneide schon mal ein paar Tomaten. Ja, ich werfe schon mal Burger drauf. Ja. Tomaten geschnitten. Die will einen Burger mit Tomaten. War klar, wenn wir schon ein neues Sortiment haben. Teller bräuchte ich noch. Ja, ich wollte den zweiten Kunden aufnehmen. Ja. Auch mit Tomate den Burger. Geh rein. Ja, ich versuch's. Ich hab hier grad Leck des Todes. Teller drunter und Pfennig. Ich krieg keinen Teller. Ja. Äh. Normaler Burger ohne. Oh, die Burger bringen grad an. Burger ohne? Ja. Man glaubt das nicht. Äh. Burger mit Tomaten. Ja. 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 Burger mit Tomaten. Burger ohne Tomaten. Burger ohne Tomaten. Ja. Das dauert ein bisschen jetzt. Ja. Ja. Und Burger mit Tomaten. Oh, Zeit läuft gleich ab. Ich schneid die Tomaten schnell. Ja. Joachim. Ja. Ja. Man kann schon wieder was kaufen? Ah, können wir uns noch nicht leisten. Nee, haben wir zu wenig. Stoffgetränke könnte man bald. Und Salat. Salat. Kaufen wir Salat überhaupt? Wer will sowas schon? Ich versuche mal wieder die Tomate zu schneiden. Ich hole schon mal hier Kohn dran. Mit Tomate? Ja. Alter. Ich nehme den zweiten Kunden an. Ach so, hätte ich mitnehmen können, sorry. Ein ohne Tomate. Okay, der Burger an sich ist schon fertig. Ich schnippel noch eine Tomate. Werf mal noch Burgerfleisch drauf. Ja, genau, stimmt. Zweimal direkt? Ja. Die wollen beide mit Tomate. Beide mit Tomate. Alter. Ja. Hier, einer fertig. Ja. Beider fertig. Burgerfleisch wieder drauf. Ja. Der will mit Tomate. Ja, hab extra die Tomate schon hergeschnitten. Ich werf zwei drauf. Ja, der will auch mit Tomate. Der will auch mit Tomate. Dann schnippel ich die noch. Erstes Fleisch ist fertig. Zweites ist fertig. Da ist ein neuer Kunde da. Werf neues Fleisch drauf. Ohne Tomate. Ja, mach ich. Ohne Tomate. Ohne Tomate. Krieg mal hin. Noch einer kommt rein. Ja, ich weiß. Erstmal hier abwaschen. Mit Tomate. Mit Tomate. Mit Tomate. Ohne Tomates Fennig, hättest du sagen müssen. Ja. Sorry. Und einmal noch mit Tomate. Ich werf mal Fleisch drauf. Ja, mit Tomate. Ja. Bring mal den mit Tomate raus. Ah, schon. Wollte ich gerade machen. Kommst nicht mehr hin. 102. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt genug Cash erst mal wieder. Uiuiui. Ja, ja. Läuft auf jeden Fall. Wir können jetzt Getränke auch noch machen. Na, machen wir Getränke. Komm. Da ist der größere Umsatz mitgemacht. Sorte ändern. Mit viel. Oh Gott. Okay. Fleisch drauf. Als erstes immer. Tomaten schnippeln. Ich nehme schon mal den Kunstwunsch auf, wenn er mal endlich sitzt. Mhm. Äh, ein Burger mit Tomate und ein Getränk. Rotes Getränk kannst du da oben holen. Mhm. Äh, und einmal ohne Tomate auch Getränk. Ohne Tomate? Fuck. Fuck. Mit Tomate. Fehlt noch das Getränk. Ich bring den schon mal die Glicke. Ohne Tomate. Na, Mann, nimm. Hier. So. Mit Tomate. Mit Tomate. Oh, jetzt schon fertig. Mit Tomate. Ohne Getränk. Hast du ein Burgerbrötchen, oder? Bringst was? Ja. Ja. Wirf schon mal Fleisch drauf. Ja. Punkt. Ja. Punkt. Einmal mit Tomate. Ja. Eieieiei. So, komm. Ist fertig hier? Ja, mach ich, mach ich. Ach, wir haben so ein Hauskirchenbereich. Ja, hab ich gerade gesehen. Geil. Ey, ich hab hier gerade echt arge Probleme. Einmal nur ein Burger ohne alles. Ist fertig. Warte, ich nehm die noch an. Äh, einmal mit rotem Getränk. Und Tomaten. Getränk kriegst du gleich. So, einmal nur Burger mit rotem Getränk. Tomaten kommen. Nur Burger ist auch da. So, Burger mit Tomate und soft Getränk. Rotes Getränk fehlt dir, ne? Ich mach mal kurz Getränke. Dann mach ich die, den Burger. Mit Tomate. Beide mit Tomate? Ja. Und einmal rotes Getränk noch. Getränk geb ich noch was. Und einmal blaues Getränk. Hab ich dir schon bereitgestellt. Hast du falsch gemacht, ne? Gib mir den Burger. Ja, direkt am Anfang, ne? So, hier. Welchen Burger brauchen wir noch? Einmal noch mit Tomate. Einmal noch mit Tomate. Mehr schaffen wir dann auch nicht mehr. Ich nehm den Kunden gar nicht mehr an, oder? Ja, nimm einfach mal an. Äh, nicht, dass er hier irgendwie rummäkelt. Nur Burger? Irgendwie will die Tomate nicht geschnitten werden. Können wir noch so einem bedienen? Ja. Die Tomate wollte er ja nicht. Uh. Passt doch. 224 Dollarchen mittlerweile. 331 insgesamt. 224 nur in dieser Dings. Die Getränke hauen so richtig rein. Gucken wir mal was im Shop. Ah, Salat. Komm. Jetzt haben wir komplett die Überforderung, oder wie? Ja. Schneiden, kombinieren. Okay. Ja, kriegen wir hin. Erstmal Burger drauf. Na, ich nehm schon mal den Kunden an. Alter, wie schnell ist die sauer? Nur einen Salat, bitte. Hab ich. Fertig. Warte. Alter, wie schnell ist die angekotzt, bitte. Aha. Ähm, Burger mit Tomate. Warte. Kommt sofort. Braucht noch der Burger? Moment. Also die Salatbus, die war ja jetzt... Ey, ich hab ja schon immer was gegen Vegetarier. Einmal mit dem Salatburger, okay. Ja. Und einen blauen Getränk. Warte, der Burger fehlt noch. Oh, komm. Ist da. Okay. Haben wir alles? Ja. Veggie-Burger. Ey, schon wieder so eine Fitness-Tussi. Tomaten und Salat. Mehr nicht. Teller fehlt noch. Ist da. Ey, die ist so richtig schnell pisst. Die Veggie-Tussis, ja. Die geben Gas. Ähm, ja. Noch eine Veggie-Tussi. Eher ein Typ, aber der ist still nicht drauf. Der ist still nicht drauf, der Junge. Danke. Burger mit Sonat. Veggie-Burger. Veggie-Burger nennt er es. Warte. Burger fehlt noch. Na gut, so Veggie ist er nicht, aber... Nehmen wir erst die Bestellung und dann mach mal sauber direkt. Tomate, äh, mit Tomate. Burger fehlt noch. Ey, wie mich die wegschieben, die Kuchen. Oh, mit... Oh, der will voll... Der wäre alles. Nur kein Salat. Weil Salat schrumpft im Bizeps, das weiß er natürlich. Ja. Wenn nichts vorhanden ist, kann nichts geschrumpft werden. Easy. Zwei direkt, alter. Oh, ich muss mal neues Burgerfleisch draufschmeißen. Salat. Salat mit Tomaten zweimal. Fuck, bei der einen wirft mega schnell ab. Ja, das ist die... Die Fitness-Tussi. Die übertreibt so richtig. Puh, gerade so. Boah, gerade noch. Nimm doch mal noch nicht an. Oh, da brennt ein Burger an. Ey, schieb ich die raus. Jetzt kannst du annehmen. Alles. Oh, volles Programm. Und ein blaues Getränk dazu. Wirklich alles, Willi. Irgendwie werden auch die Tage länger, kann das sein. Ja. Oh, jetzt kriegt er den vollen Burger noch. Du musst den Burger noch oben abgehen. Ja, ja. Nee. Nimm doch. Das ist irgendwas falsch. Ein Teller fehlt. Ah. Alter. So, nochmal einen Salat mit rotem Getränk. Also Salatburger mit rotem Getränk. Ja, ich mach mal noch einen. Bring mal den einen schon mal weg, zu dem, zu dem roten. Oh, Salatburger. Oh, Salat. Oh, nur Salat. Fuck. Das wird eng. Das wird eng. Äh. Äh. Ja, das wird unschaffbar. Salatburger ist fertig. Ja. Ja. Wird gemacht. Okay, die geht sauer raus. Ja. Schade. Ey, die schickt mich schon wieder. Wollen wir mal die Anfrage noch? Äh, mit blauem Getränk. Salatburger, den schaffen wir noch. Komm, komm, komm. Hier, fertig. Schade. Schade. Kann ich auch. Oh, jetzt gar nicht. Vier nur Bewertung. Was? Ja, nur wenn man einen, einen Meckertanz hat. Ah, ja, ja, Freunde. Ja, ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nix verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Tag 6 wieder vorbei, Freunde. Den dann morgen. Ähm, ansonsten, ja. Abo da lassen, um nix zu verpassen. Bis dann noch da rein. Ciao. Ciao. Ciao.